Notebooks sind praktisch, aber oft arbeitet es sich damit nicht besonders angenehm. Wie gut, dass es da den Notebook-Ständer von General Office gibt. Durch die Bauweise aus Aluminium wird die Rechnerwärme perfekt abgeleitet. Ob das Notebook nun flach liegen oder steil aufrecht stehen soll, bestimmen Sie selbst mit den sechs verschiedenen Einstellstufen. Damit das Notebook nicht verrutscht und sicher steht, sind die Haltefüßchen gepolstert. Brauchen Sie den Ständer nicht mehr, klappen Sie ihn blitzschnell zusammen. So superflach lässt er sich prima verstauen oder transportieren. Alternativ drehen Sie ihn einfach um und nutzen den integrierten Drehteller. So lässt sich das Notebook leicht in die gewünschte Richtung schwenken. Der General Office Notebook-Ständer macht ergonomisches Arbeiten mit dem Note oder Netbook zur Selbstverständlichkeit. Da macht auch das Tippen wieder Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017